Hier kommt immer so viel raus Unsere stehen immer nur mit Bogen hier rum oder was? Ja wir chillen wir... Ach da hinten baut sich schon einer rüber Ja ja wir bauen hier schon rüber Ich helfe ihm Warte mal ich hab noch eine Also können wir doppelt... Ein rotes weg Ein rotes ausgeschieden Das ist noch äh... Ach das ist von Team Roten Grün ist noch da Ja Woi Meine Einstellungen sind schon wieder scheiße Mensch bringt nur so Okay Aber das ist auch gefährlich hier Der hier Wollen wir denn für den Spitzhack überhaupt zum abbauen? Einfach für die Böcke abzubauen Der andere Böcke ist mir dicht Ja super Da hinten sind die Ach ich brauche noch Pfeile stimmt ja Baa Der kostet ein Gold, das ist das Schlimme Ja Da rein Gold Komm her Habt ihr gar nicht mehr aus den Jungen von Pfeile Alter wo wurde der denn getötet? Wer denn? Alter Pfeile Oh 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 Wir wären voll schon beschossen Von wo? Von drüben Ja Mhm Ah ich treffe ja nie von hier Läuft bei mir, läufst bei mir auch Ja Wie viel Team sind wir jetzt noch? Zwei Stück nur noch Ja Mach du, mach du mal so, du setzt die Mauer davor Nicht dass du gleich runter gekickt wärst Deswegen Wieso ist Team Gap grad gestorben? Von uns Weiß ich nicht Wunder gefallen Wollen ja Bau du weiter hast du noch Blöcke? Ja ich hab noch welche Ja ich hab noch welche Dann bau du weiter ich Ich baller Ja ich hab da nur so blöd Deswegen sag ich doch Bye Eine schießt vor niedrig Oh Der war aber nicht niedrig Ne ne Bye Wir fack jetzt ne Wir brauchen noch ein Blöcke War das knapp Haben wir noch welche? Hm? Ich hole noch welche Ja sonst mach Ah ich hab noch welche Läuft bei mir, läuft bei mir Hast du auch Äpfel? Die stehen grad echt gut Ich hab keine Äpfel ne Ich hab den so verdeckt gehabt grad Hier Okay Ja ich hab ein bisschen Fleisch ne Hehe Ab und zu am besten aus dem Mauer Wer ist denn da jetzt? Boah ey Die treffen einen auch andauer ne Ey da drüben geht es auch noch irgendwie ab Wo? Drüben bei uns Okay Boah ich kann überhaupt nicht schießen Boah ich kann überhaupt nicht schießen Haha getötet Geil War ich nicht, oder? Okay der Techno ist unserer Alles klar Boah ey 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 hier ist erstmal noch alles einsammeln Wo ist denn Rüstung, 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 Rüstung Daneben wo alles rauskommt Ja Nein jetzt hab ich Alter Schwede Die Kinder immer alle runter Warum auch immer Ja Dann getroffen Dann getroffen Und tot Zauber Das war hier alles so dicht machen, dass sie einen nicht runterkicken können Glauben Glauben Das ist auch noch da Tschau Tschau Ja Jetzt hat er sich da vorgestellt eben Und tschüss Wahr ich hab nix mehr zum bauen Ich hab nix mehr zum bauen Wie geklappt Haben wir ja noch genug zum bauen Ich hab das meiste Hol doch einfach Das kostet ja nicht viel Ja ich mein ja nur Ob jemand schon mal vorgesorgt hat und in die Kiste getan hat Nö Glaube nicht Ähm Ähm Äh Äh Stellung Nimm lieber die hier So Hehe Hm Gibt's denn hier noch an Rüstung? Also nicht ja Ja Hm Was haben wir? Ja wir haben eine blaue Rüstung Hm 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 Was ist das für ein Idiot? Haha Wer? Ah die spawnt ja auch nicht ne? Wenn da was rumliegt Gott Schalte Ich hab das nicht Dschleimal Schalte Die 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 bis dich jetzt habe ich mich zugebaut recht boah hey du penis der vor mir gerade der sich einfach vor mich andere ist gerade runtergesprungen na guck mal da kommen sie ja schon ja und und vergisst es alter was denn bis weg ja die kommen alle rüber die kommen gleich rüber und anderen seite oder vielleicht du 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 brauchst auch nicht schreiben eigentlich ne äh du brauchst auch nicht nicht schreiben doch damit die zum bescheid wissen ja die anderen sind ja auch vorgewornt wir sind gleich drüben bei denen okay mhm so hä ey grüner achso okay weil drüben bei uns aber bei denen so ich brauche ein eisen ich komme also mir kommt schon rüber zu haben wir denn hier alles noch was schön bisschen mal was einsammeln ich brauche noch einen kackfeil noch hinten die grünen im blog abgebaut kann das aber wie läuft das hier normalerweise keine ahnung wir haben gewonnen geschafft nur ist level 2 erreicht erstmal mit schilder gezockt und dann gegangen ja wo hätten wir das mehr gewusst noch ne runde neustart ja klar hier oben links oben links los